Diese zu erwerbende Einzimmer-Doppelhaushälfte liegt im Kreis Märkisch-Oderland. 1934 wurde dieses Ein-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Parkplatz. Es hat ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1225 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 33.300 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020